so kann ich dann irgendwie mal kurz hier was habe ich denn genau das ja kommt mal alles bisschen weg hier das ist so viel warum habe ich noch so ein namensschild komm mal willst du willst du hier nicht du willst doch bestimmt namensschild oder ganz bestimmt willst du das jawohl ich weiß doch dass du das willst so und zwar erstens werde ich mal wieder hier ein bisschen gartenarbeit machen obwohl das eigentlich gar nicht mehr nötig ist aber als gute quelle für emc kann man das sich eigentlich schon geben ist ja auch jetzt hier nur so ein provisorisches welchen was ich mir hier aufgebaut habe so und zwar diese samen die ich hatte die habe ich ja alle verloren weil ich ja so intelligent unterwegs war und habe mir habe das dank null weggeschmissen und noch was mir ist übrigens aufgefallen dass ich schon wieder etwas weggeschmissen habe und mich dann darüber beschwert hat beschwert habe dass es weg ist nämlich mein henggleiter als die frage soll ich einfach drauf scheißen und mir einfach einen neuen machen oder soll ich zurückgehen und sagen da war mir so lange treu ich kann doch den ich zurücklassen diesen henggleiter und ich besorge in mir wieder oder ich versuche zumindest indem ich dahin gehe wo ich ihn verloren habe das wäre natürlich eine möglichkeit oder ich lasse es einfach komplett bleiben damit das ist eigentlich vollkommen egal mein teuer war das ding ja nicht aber wenn ich die ganze zeit weg schmeißt dann ist es auch nicht wirklich so sinn der sache so und die sachen die ich wollte die habe ich jetzt auch wieder nicht gekriegt das ist ja ein traum ein absoluter traum tja es ist nicht immer ganz leicht aber den setzling das ist dann doch leicht den stelle ich mal dahin oder so einfach dass ich hier mal wieder die samen die brauche ich nicht holzkohle brauche ich eigentlich auch nicht aber ich weiß gar nicht was ich mit der machen kann fackeln herstellen stahl herstellen wäre tatsächlich das sinnvollste würde ich mal fast behaupten so das brauche ich nicht und das hier brauche ich auch nicht ich muss jetzt ich muss jetzt ehrlich gesagt mal hier ein bisschen aufräumen und es ist wahrscheinlich echt nicht spannend aber mir bleibt nichts anderes übrig jetzt schaue ich aber mal was der bogen hier macht ob ich den hier drauf hauen kann na ist noch zu früh ist denn mit dem schwert ich weiß wenn ich das obsidian schwert mal vorerst boykottiere dafür aber das hier dann verzaubere mit ein paar verzauberungen und zwar allen würde ich sagen oder ach guck mal ich armer schlucker kann mir das ja gar nicht leisten ja zu früh gefreut was das kann ich dann machen soll ich noch ein bisschen handeln mit den dorfbewohnern soll ich erze abbauen guck da war ich jetzt schon wieder zu zuvor laut ich kann doch hier die anderen bögen raus machen wenn die dann mal herkommen wisst ihr was ich glaube was eine gute idee wäre wenn ich mir alchemical tests mache weil die ja nämlich relativ groß sind und ich glaube das mache ich tatsächlich mal dann entscheide mal was dafür braucht stein und schnittruhe und tun dürfte ich ja jetzt eigentlich irgendwann mal genug haben also ich brauche eigentlich nur eine aber ich habe drei und mit dem glatten stein ist jetzt da ausgesehen alter warum leckt das denn so wenn ich da drin bin so komm machst du mal hier und dann zack und zack ich mache die mal in kondenser rein aber nicht in den sondern in den so tnt brauche ich nicht wirklich also ich wozu piratenhut kann ich mir nicht auch sonst wohin schieben leder für bis sie könnte ich gebrauchen aber jetzt vielleicht nicht wirklich so dringend denke mal dass hier eher sachen drin sind die ich nicht brauche setzlinge die dinger kann ich in pulverizer reinschmeißen seerosenblatt braucht kein mensch noch mehr truhen boote feuerladungen oder feuerkugeln oder wie die heißen setzlinge 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 äpfel 20 truhen namensschild tausche ich natürlich ins maragde um das ist ja ganz klare sache ich gerade mal zu meinem onkel hier er kriegt dann das ding der e1 wo kein name trägt ist ja absolut wurscht so und ach du scheiße das kommt natürlich alles wieder raus das kommt rein das kommt rein das kommt rein und das hier kann wir glaube ich auch in farbe umwandeln jawohl das hier auch so und jetzt bote rein feuerkugeln rein setzlinge setzlinge äpfel kürbisse nein egal scheiße drauf das war jetzt wieder vor lauter lauter eine redstone truhe sogar die brauche ich ja noch weniger so was haben wir denn noch die setzlinge und die setzlinge und braune wolle und stein kann wieder zurück und das hier keine ahnung hello so ich würde sagen das kann man so lassen und dann platziere ich mal die alchemie truhen und macht diese truhen aber weg weil die sind mir dann doch tatsächlich ein bisschen zu klein ach du scheiße das siehst du mal alle was hier abgeht so jetzt haben wir natürlich jetzt 30 milliarden items auf dem boden liegen das haben wir aber gleich hier geregelt indem ich einfach mal so macht jetzt natürlich wieder das werkzeug in die hand nehme und dann kommt das ganze zeug wieder her ich mach das das ja jetzt hier mal erstmal willkürlich rein und sortieren kann ich ja dann irgendwann anders mache ich ja wahrscheinlich eh nicht aber das ist jetzt halt echt egal noch weil es ist ja hier nix besonderes gerade würde ich fast sagen so ich habe noch mehr namensschild aber das ist so ein legendary ding das wollte ich ja nicht verkaufen so das zeug ist auch wieder gut ich glaube jetzt schmeiße ich hier mal alles raus was da drin ist ich glaube schneller geht das ja nicht als wenn doch ich kann so machen und dann ach was habe ich denn abo really mechanical crafte guten gear ja toll habe ich ja noch nicht gemacht holz zahnräder gekraftet so und das kommt auch rein den rest den job ich jetzt einfach mal hier achtlos auf den boden und das kommt dann hier alles rein so jetzt habe ich alles in den vier truen drin was ich vorher in 30 und drin hatte gefühlt und schon fühle ich mich viel leichter vielleicht also vielleicht so jetzt habe ich mal im single player als ich ein bisschen rum gespielt habe habe ich herausgefunden auch übrigens der grund warum ich seit langem keine früchte mehr geerntet habe ich habe herausgefunden kann man kann man nicht so kann man daraus wieder stöcke craften kann ich das das ist ja wunderbar und zwar ich habe mir eine stein streit axt kraftet diese hier und habe dann habe dann sie verzaubert mit einer bestimmten verzauberung aber ich weiß nicht ob ich es noch hinkrieg es war glaube ich glück xp boost eigentlich war alles drauf also wirklich volle programm also hier was das alles gibt ich weiß aber gar nicht ob das überhaupt geht ich weiß es echt nicht sieht aber schlecht aus ja sieht wirklich schlecht aus irgendwie muss ich jetzt an erfahrung kommen soll ich monster jagen gehen oder na guck mal da da stehen doch zwei freiwillige beziehungsweise drei aber das lohnt sich glaube ich nicht so wirklich damit jetzt an erfahrung zu kommen ja und schon werde ich wieder bombardiert zehn level das ist nicht schlecht aber es reicht wahrscheinlich nicht ach du scheiße ja guckst du einmal an hier was ich hier habe alter das reicht glaube ich auf jeden fall jetzt fresse ich mir mal was ist ich über 1000 von diesen erfahrungs dingern rein rein fressen aber jetzt würde ich mal kurz schauen ich habe hier 171 xp und wenn ich jetzt 1s habe ich 179 wenn ich noch 1s müssten es 100 87 sein aha also sind ein so ein ding acht erfahrungspunkte so wenn ich jetzt alle gegessen habe dann habe ich wieder ein paar tausend mehr das doch lecker so scorching heat excavation magnet experience boost ich mache einfach mal alles drauf weil ich will jetzt mal was ausprobieren und zwar mache ich mal die hier in die linke hand und jetzt würde ich mal so ein ding hier pflücken aha es kommen zwei raus genau das wollte ich nämlich weil irgendwie lass es ein bug sein oder ein feature oder irgendwas dazwischen weil ich diese brüchte nämlich ernte dann erhalte ich doppelt so viel und das ist mir ja absolut ein träumchen weiß nicht ob es bei weizen auch passiert ist mir aber auch eigentlich wurscht weil daran wird es nicht scheitern aber jetzt kann ich endlich wieder hier mein altes hobby meine lieblingsbeschäftigung im let's play brüchte ernten du früchte ernten du früchte ernten so deshalb mache ich das jetzt einfach mal am frühen morgen wenn der bauer schon wieder on tour ist und hier nicht weiter kommt aber das problem ist jetzt halt dass das dank null weg ist in dem die dinger drin waren eigentlich